Ich bin euch noch was schuldig. Damals, wo ich neu in dieses Studio eingezogen bin, wie lange ist das her? Ich glaube jetzt schon fast ein Jahr müsste es her sein eigentlich. Da habe ich ein Unboxing rausgehauen hier auf diesem Kanal zu meinem Amazon Echo Show 15. Und ihr habt es wahrscheinlich in jedem Video immer gesehen, wenn ihr darauf geachtet habt zumindest, dass immer noch auf der linken Seite, für euch dann glaube ich rechts, der Amazon Echo Show 15 immer noch eben hängt. Denn ein Jahr lang habe ich jetzt den Amazon Echo Show 15 und bin super zufrieden damit. Natürlich, man kann sich über den Preis streiten, aber das Update, was dann kam, dass wir halt Fire TV jetzt auch drauf haben und so weiter und so fort, dass alles ein bisschen flüssiger läuft, hat mich dazu gebracht, dass ich auf jeden Fall immer noch sehr zufrieden damit bin, mit meiner kleinen Smart Home Zentrale hier sozusagen. Und was man damit aber alles noch so kann, das erzähle ich euch heute hier in diesem Video. Ich will gar nicht darauf eingehen, wie groß der Abstand ist vom Display zum Rahmen und so, dass das ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu breit ist, dass man es vielleicht ein bisschen moderner gestalten könnte beim Amazon Echo Show 15. Version 2 würde ich mir jetzt auf jeden Fall wünschen, dass man weniger Displayrahmen hat. Auf die Sachen will ich gar nicht großartig eingehen. Ich kann euch auch sagen, dass vielleicht, wenn ihr wissen wollt, was ein bisschen negativer ist, dass natürlich der Sound hier nicht irgendwie super doll klingt. Aber mit den ganzen Updates, die kamen seit Releases Amazon Echo Show 15, weil ich glaube, der ist sogar schon zwei Jahre auf dem Markt oder vielleicht sogar schon noch länger, weiß ich nicht genau. Aber mit diesen Updates kamen auch so einige Soundverbesserungen auf jeden Fall. Also ich finde, der Sound hat sich auch gemacht mit der Zeit. Klingt ein bisschen voller auf alle Fälle, aber natürlich ist er nicht vergleichbar mit irgendwelchen Lautsprechern, mit den Teufellautsprechern, die ihr hier bei mir im Hintergrund seht zum Beispiel. Jetzt kommen wir aber zu meinen besten zehn Tipps und Tricks, würde ich sagen. Beginnen wir mit den Widgets, beziehungsweise ihr könnt natürlich auch Widgets einrichten. Widgets sind eine der Hauptattraktionen des Echo Show 15. Du kannst Widgets wie Kalender, Wetter, To-Do-Listen und mehr hinzufügen. Um Widgets zu konfigurieren, ziehe einfach am oberen Bildschirmrand nach unten und tippe dann auf Widgets. Wähle dann aus der Liste der verfügbaren Widgets diejenigen aus, die du auf deinem Stapelschirm haben möchtest. Selbstverständlich kann man auch den Echo Show 15 als Smart Home Hub sozusagen benutzen, als Smart Home Zentrale. Auch ich selbst steuere meine ganzen Lichter darüber. Alexa, schalte rechts eins an. Jetzt müsste hier für mich auf der linken Seite, für euch auf der rechten Seite eine Glühbirne angegangen sein. Oder, ähm, Alexa, schalte rechts eins auf blau. Jetzt ist die Lampe blau geworden und so weiter und so fort. Alexa, schalte rechts eins auf kaltweiß. Alexa, schalte rechts eins aus. Alexa, schalte leuchte eins aus. Alexa, schalte leuchte eins an. Und so weiter und so fort. Natürlich kann ich hier überall auch die Farben verändern, habe noch mehr Leuchten hier. Deswegen habe ich auch rechts eins gesagt, weil ich habe rechts eins, zwei, drei, vier, fünf. Links habe ich dann noch ein paar Glühbirnen, habe das so unterteilt, beziehungsweise auch nochmal in eine Gruppe zusammengefügt, dass ich sagen kann, Zauberwort sagen natürlich, will ich jetzt nicht machen, sonst gehen die ganzen Lichter hier aus. Ähm, schalte Büro aus oder schalte Studio aus. Büro ist der hintere Teil des Raums und das Studio ist hier der Teil, wo ich gerade bin. Ähm, so kann man das alles auch nochmal gruppieren. Das ist auch nochmal natürlich ganz cool. Das ist auch an sich natürlich eine Amazon-Eigenschaft und jetzt nicht nur auf den Echo Show 15 bezogen, aber viele Tipps und Tricks, die ich heute ja erwähne, könnt ihr natürlich auch mit eurem Echo Dot machen. Oder mit einem Echo Show 5 Zoll oder 8 Zoll gibt es glaube ich auch, wenn ich mich jetzt nicht irre und so weiter und so fort. Und du kannst die ganzen Smart Home Geräte aber nicht nur in einer Gruppe zusammenfassen, dass ich dann zum Beispiel sage Licht im Studio aus und dann geht eben das ganze Licht im Studio aus. Also mehrere Lampen werden dann angesprochen, sondern du kannst auch Routinen machen. Aber zu den Routinen komme ich später nochmal ein bisschen genauer. Erstmal möchte ich noch weiter über die Nutzung als Smart Home Hub hier vom Echo Show 15 reden. Du kannst Geräte verbinden wie Lampen, Thermostate und Sicherheitskameras und was es nicht alles so im Smart Home Bereich gibt. Und die kannst du auch alle über dein Echo Show 15 dann steuern. Öffne dazu die Alexa App, gehe zu Geräte und füge dein Smart Home Gerät dann dort einfach hinzu. Wenn es da nicht vielleicht sogar schon automatisch hinzugefügt wurde. Bei mir ist das manchmal auch aus Geisterhand irgendwie passiert. Kommen wir jetzt zu meinem Tipp Nummer 3, Anpassung des Startbildschirms. Der Startbildschirm des Echo Show 15 lässt sich nämlich individuell anpassen. Halte einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm gedrückt, um die Layout Optionen dann zu öffnen. Hier kannst du auswählen, welche Widgets und Informationen angezeigt werden sollen. Kommen wir jetzt zu Tipp Nummer 4 und damit auch zu den Routinen, die ich gerade schon zwei Tipps vorher glaube ich angesprochen habe. Ganz kurz. Mit Alexa Routinen kannst du mehrere Aktionen mit einem einzigen Sprachbefehl auslösen. Erstelle Routinen in der Alexa App am besten, indem du auf Mehr und dann auf Routinen tippst. Du kannst Routinen so einrichten, dass sie beispielsweise das Licht einschalten, das Wetter anzeigen und Musik abspielen, wenn du einfach das Zauberwort und dann Guten Morgen sagst. Oder was ich zum Beispiel auch super gerne nutze, ist ich sage das Zauberwort, um Amazon Echo Show 15 zum Beispiel anzusprechen. Oder meine anderen Alexa Geräte und sage dann einfach Gute Nacht und dann geht überall komplett das Licht aus. Sei es komplett hier in diesem ganzen Raum oder Raum, beziehungsweise plus den zweiten Raum noch. Oder sei es bei mir zu Hause zum Beispiel auch in allen Räumen einfach. Das finde ich so teuer, ganz ehrlich. Das ist auch so mit ein Grund, warum ich an sich diese allgemein Smart Home einfach so lieb. Weil das ist mir schon so oft passiert, dass ich dann meistens am Ende des Flurs beim Badezimmer oder so das Licht vergessen habe, schon im Bett liege. Und dann aber noch so leicht Licht schimmern sehe und dann sage, ah Mist, ich habe irgendwo schon wieder das Licht vergessen. Manchmal weiß ich zum Beispiel auch nicht wo, ob in der Küche vielleicht oder im Badezimmer. Und dann sage ich einfach Zauberwort, Gute Nacht und dann sehe ich, wie das Licht ausgeht und dann kann ich beruhigt schlafen, muss nicht extra aufstehen, gucken, wo das Licht an ist, ausschalten. Ist schon cool und bringt einem auf alle Fälle nochmal Komfort. Hat jetzt auch nichts mit dem Amazon Echo Show 15 explizit was zu tun, aber ein positiver Punkt von diesem ganzen Smart Home auf alle Fälle. Was ihr aber auf alle Fälle hier beim Echo Show 15 eher nutzen könnt als beim Echo Dot zum Beispiel, weil der Echo Dot keine Kamera hat, ist Tipp Nummer 5. Nutzung der Videokamera. Die Kamera des Echo Show 15 kann für Videoanrufe und als Sicherheitskamera genutzt werden. Habe ich auch schon oft genutzt, also oft nicht, aber hin und wieder mal genutzt, so, um ehrlich zu sein, wenn ich im Urlaub zum Beispiel war oder zu Hause war und dann irgendwie mir nicht sicher war, ob ich irgendwie, ja, hier vielleicht was Bestimmtes vergessen habe, aus der Steckdose zu ziehen oder 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 oder. Also dafür finde ich es sehr gelungen und ihr könnt aber auch natürlich Videoanrufe machen, auch wenn ich das um ehrlich zu sein gar nicht so oft nutze. Ich habe es aber auch noch nicht so richtig veränderlicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Es gibt so ein paar Kandidaten, die rufen gerne mal meistens als Videoanruf dann auf dem Smartphone an und ich bin eher so der Kandidat, der noch ganz normal anruft. Aber naja, das ist so zum Thema Videoanrufe jetzt nicht nur auf Amazon bezogen, sondern auch auf dem Smartphone. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, ruft ihr lieber per Videoanruf an oder ruft ihr ganz normal per Sprachanruf eure Leute an? Um einen Videoanruf hier beim Echo Show 15 zu starten, sag einfach das Zauberwort, also Alexa, Echo oder je nachdem wie es oder Computer kann man glaube ich auch noch sagen, je nachdem was ihr da eingestellt habt. Und dann sagst du, rufe den jeweiligen Namen, den du abgespeichert hast, an. Dann wird die Person angerufen. Du kannst auch Drop-In aktivieren, um sofort mit anderen Echo-Geräten in deinem Haushalt zu kommunizieren. Das geht natürlich auch, wenn beispielsweise ihr ein Kind habt und ihr habt im Kinderzimmer auch einen Echo Show, dann könnt ihr natürlich auch einfach dann von der Küche aus diesen Echo Show direkt anrufen und dann so mit eurem Sohn, eurer Tochter reden. Tipp Nummer 6 kam durch ein größeres Update. Ist jetzt aber auch schon ein Jahr, glaube ich, her auf alle Fälle. Ich glaube sogar schon, seitdem ich das gerät habe. Das war mit ein Grund, warum ich mich dann doch für den Echo Show 15 entschieden habe, weil dort eben jetzt auch Fire TV mit drauf ist. Und das Coole ist, was mir vorher gar nicht aufgefallen ist, erst jetzt durch so ein bisschen Recherche nochmal für dieses Video hier und durch ein bisschen mehr Rumprobieren natürlich an dem Gerät, als ich es sonst im Alltag mache, dass die Fire TV-Oberfläche jetzt mittlerweile auch gut mit dem Finger gesteuert werden kann per Touch einfach auf dem Display selbst. Weil vorher musste ich entweder eine Fire TV Fernbedienung haben, um das Ganze dann zu steuern, weil ihr müsst es so sehen, also die Echo Show 15 Startseite ist sozusagen irgendwie ein anderes System als das Fire TV System. Fire TV ist so, wie ihr es auch von eurem Amazon Fire TV Stick eventuell kennt, falls ihr zu Hause einen habt am Fernseher. Also könnt ihr euren Echo Show 15, wenn ihr auf Fire TV tippt oder sagt, dass Fire TV gestartet werden soll, noch einmal smarter machen, noch einmal mehr Entertainment bringen sozusagen, was natürlich hier Sinn macht, weil ihr eben dieses 15-Zoll-Display auch noch habt und auch noch Videos gucken könnt. Und dann habt ihr eben auch die YouTube-App drauf, dank am Fire TV. Habt Netflix, Amazon Prime Video und alle möglichen weiteren Apps, die ihr auch von eurem Amazon Fire TV Stick kennt zum Beispiel. Also ich glaube, da bleiben keine Wünsche übrig. Mir fällt gerade keine App ein, die ich jetzt hier vermisse. Das Tolle ist dann natürlich auch, dass du den Fire TV verwenden kannst mit der Sprachsteuerung, selbstverständlich. Und dann kannst du per Sprache, komplett ohne irgendwie das Display anzutatschen, deine Lieblingssendungen starten, Filme und so weiter und so fort. Tipp Nummer 7 ist, den Echo Show 15 vielleicht in der Küche zu verwenden als Rezeptgeber oder ihr könnt auch ein Video natürlich dann starten, wo was euch vorgekocht wird und ihr kocht das Ganze nach oder eben einfach nur schriftlich oder bebildert Rezepte. Oder natürlich auch einen Timer stellen, wenn die Nudeln, das ist ein bildes Beispiel, aber ich bin jetzt nicht so der Superkoch, aber wenn ich Nudeln koche und die sind dann nach 10, 11 Minuten fertig, dann kann ich natürlich auch einen Timer stellen und sagen, also Zauberwort, bitte stell den Timer auf 10 Minuten und dann werde ich daran erinnert, dass die Nudeln jetzt fertig sind. Tipp Nummer 8 ist an sich auch eine offensichtliche Sache, aber bei manchen geht es dann vielleicht trotzdem nicht. Deswegen will ich es hier erwähnen, dass es hier geht. Ihr könnt diesen Bilderrahmen auch als Bilderrahmen nutzen. Verwandle deinen Echo Show 15 in einen digitalen Bilderrahmen, indem du ihn mit Amazon Fotos synchronisierst, also mit deinen eigenen Fotos, die du dort hochladen kannst beispielsweise. Das habe ich auch gemacht, aber zu Hause. Gehe dafür in der Alexa App zu Geräte, wähle dann deinen Echo Show 15 aus und dann gehst du auf Fotobildschirm. Hier kannst du auswählen, welche Alben angezeigt werden sollen, beziehungsweise auch natürlich Fotos hochladen. Und falls du nicht nur ein Echo zu Hause hast, sondern mehrere, dann ist Tipp Nummer 9 auch noch ganz interessant für dich. Und zwar kannst du die Multi-Room-Funktion aktivieren und wenn du dann Musik abspielst, dann wird die Musik im ganzen Haus, in deiner ganzen Wohnung abgespielt, synchron. Das heißt, beispielsweise du hast gerade super gute Laune, hast Lust irgendwie ein bestimmtes Lied zu hören, dann kannst du dieses Lied aktivieren und durch die Wohnung tanzend rennen und überall hörst du die Musik. Der letzte Tipp für euch ist nun von mir die visuelle ID. Das bezieht sich auch wieder auf den Echo Show 15, das könnt ihr zum Beispiel nicht mit dem Echo Dot machen. Mit dem Echo Dot habt ihr die Möglichkeit, eine Stimm-ID festzulegen, das könnt ihr hier natürlich auch. Hier könnt ihr Stimm-ID und eine visuelle ID. Wenn ihr die Kamera offen habt, übrigens, ihr könnt natürlich auch die Kamera einfach zuklappen, da gibt es so einen Hebel oben links bei dem Echo Show 15, dann werdet ihr auch nicht beobachtet und könnt auch nicht beobachtet werden. Wenn aber diese Linse halt offen ist und euch sehen kann, dann könnt ihr halt diese visuelle ID einrichten und habt somit einen personalisierten Startbildschirm. Der Echo Show 15 bietet halt diese visuelle ID-Funktion, die verschiedene Haushaltsmitglieder anhand ihres Gesichts erkennt. Sobald du oder dein anderes Mitglied erkannt wird, begrüßt der Echo Show 15 dich persönlich und passt den Startbildschirm individuell an. Hier, wer ich dann auch mit Namen begrüßt, dann steht da auf dem Bildschirm Hallo Charles zum Beispiel. Der individuelle Startbildschirm beinhaltet das Anzeigen von personalisierten Informationen wie Kalender, Erinnerungen, To-Do-Listen und auch Empfehlungen. Um die visuelle ID einzurichten, gehst du in die Einstellung bei deinem Echo Show 15, dann auf mein Profil und meine Familie, dann jemanden hinzufügen oder eine Person auswählen, die schon hinzugefügt wurde und hier jetzt die visuelle oder eben auch die Stimmen-ID hinzufügen. Abschließend kann ich jetzt nur noch zu dem Gerät sagen, weil ich verwurste ja meine Review auch hier in diesen Tipps und Tricks, so wollte ich das jetzt das Ganze mal gestalten, also meine Meinung über das Gerät euch auch nochmal kurz mitteilen. Deswegen, anfangs hatte ich schon gesagt, ich werde das Gerät auf jeden Fall behalten, ich habe es ja immer noch und ich werde es auch irgendwie nicht mehr missen wollen, um ehrlich zu sein. Wenn es irgendwann mal eine zweite Version geben sollte mit dünneren Displayrändern oder allgemein vielleicht auch ein bisschen dünner insgesamt das Gerät, damit es dann angehangen an der Wand nochmal ein bisschen besser aussieht, also nochmal ein bisschen mehr nach einem modernen Bilderrahmen und nicht nach einem alten, clubbingen Bilderrahmen, dann überlege ich mir das Ganze vielleicht nochmal, ob ich das Ganze jetzt ein bisschen auffrische und nochmal die neue Version kaufe, aber ansonsten bin ich mega happy und ich überlege gerade oder wir überlegen gerade als kleine Familie, ob wir uns das auch zu Hause zulegen wollen, so als kleine Schaltzentrale, beziehungsweise um einfach auch unsere ganzen Termine darauf anzeigen zu lassen. Den Tipp habe ich glaube ich noch gar nicht gegeben, den gebe ich euch jetzt einfach mal und zwar könnt ihr nämlich auch den Google Kalender hier super verwenden. Dazu müsst ihr nämlich einfach nur sagen, Alexa, Echo oder was auch immer euer Zauberwort ist und dann öffne Silk. Und jetzt öffnet sich der Amazon Browser und ihr könnt jetzt oben einfach eingeben google.com, dann landet ihr bei Google logischerweise und sucht jetzt hier nach dem Google Kalender oder gebt einfach nur Kalender ein und schon tippt ihr dann auf den Google Kalender, auf die Website, jetzt öffnet sich der Google Kalender, hier meldet ihr euch bei eurem Google Account an und jetzt seht ihr ganz normal den Google Kalender, so wie ihr es auf eurem Smartphone sehen könnt, auf eurem Laptop oder wo auch sonst immer. Diese Seite setzt ihr jetzt als Lesezeichen und immer wenn ihr jetzt sagt Zauberwort und dann öffne Silk, dann öffnet sich eben der Browser mit dem Google Kalender direkt, falls der sich nicht öffnen sollte, weil ihr den Amazon Echo Show 15 neu gestartet habt oder so, dann könnt ihr einfach über die Lesezeichen gehen und dort dann den Google Kalender wieder auswählen, dann seht ihr den Google Kalender vor euch. Das ist nochmal so ein kleiner Zusatztipp, wie man den Google Kalender hier auch super verwenden kann. Und das ist unter anderem halt auch der Grund, warum wir jetzt auch als kleine Familie überlegen, eine Amazon Echo Show 15 bei uns zu Hause aufzustellen oder einen weiteren. Hier im Studio, im Büro werde ich ihn auf jeden Fall weiterhin verwenden, weil ich finde den super als Schaltzentrale. Ich kann ja nicht meine ganze Smart Home hier steuern, beziehungsweise meine ganzen Erinnerungen kriege ich dann dort auch wiedergegeben und kann Alarm stellen und so weiter und Wecker stellen und so weiter und so fort. Es gibt ja viele Vorteile, die ich eben nicht mehr missen möchte. Aber diesen Google Kalender benutzen wir als Familie gemeinsam und dann können wir uns den dort eben auch anzeigen lassen, beziehungsweise eben auch, wenn wir, ja, wie gesagt, auch Rezepte uns anzeigen lassen. Es gibt viele, viele Situationen, wo ich ein bisschen traurig darüber bin, dass ich zu Hause nur einen Echo Dot habe, beispielsweise, also ohne Bildschirm. Wir haben zwar auch den Echo Show 5 mit dem 5 Zoll Display, aber ich finde so einen Bilderrahmen schon schöner. Man kann sich aber trotzdem weiterhin über den Preis auf alle Fälle streiten. 229 Euro, glaube ich, aktuell ist nicht gerade günstig. Ich hätte ihn gerne lieber nur für 120 Euro oder so gesehen, aber die Technik kostet anscheinend auch ein bisschen irgendwie was. Von daher, es gibt für mich aktuell keine bessere Alternative. Wenn ihr noch eine bessere Alternative kennt oder so oder noch mehr Tipps und Tricks zu dem Amazon Echo Show 15 kennt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Würde mich persönlich natürlich auch interessieren. Und wenn ich dann das Gefühl habe, so wow, das könnten auch gerne, diesen Tipp, sollten sich auch nochmal mehrere auf jeden Fall reinziehen, dann werde ich darüber vielleicht auch nochmal ein Video drehen. Ich danke euch auf alle Fälle und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut!